Moin liebe Frauen aus Lübeck, ich bin Johannes vom San Remo und ich habe ein tolles WM-Angebot für euch. Kommt mit eurer Freundin bei uns während der WM-Spiele zum Essen, genießt einen schönen Abend und sagt Bescheid, dass ihr dieses Video gesehen habt. Dann erhaltet ihr von uns ein Aperitif, entweder einen Himbeergranatapfel-Erfrischer oder einen Prosecco mit Granatapfel und habt einen schönen Abend. Ganz wichtig, Männer sind nicht erlaubt, also kommt nur mit euren Frauen vorbei, habt einen schönen Abend. Und damit deine Freundin das sieht, am besten markierst du sie direkt hier unter dem Video und dann auf einen schönen Abend bei uns.